Da sind sie ja. Ihre Ansprache konnte es mit allem aufnehmen, was ich je von Aphra gehört habe. Und wo wir gerade von ihm sprechen, er hat mir eine Liste sämtlicher Vorbereitungen geschickt, die der Widerstand getroffen hat. Trotz allem, was auf dem Spiel steht, wirken sie so selbstbewusst und ruhig. Es bricht mir das Herz, dass sie diese Last tragen müssen. Ich bin nervös und verängstigt und wütend und ich weiß es einfach nicht, Jor. Sie sind das Licht, dem wir alle folgen. Dem ich folge. Es ist nicht leicht, dem gerecht zu werden, aber ja, ich werde es schaffen. Ja, das werden sie. Sie ist wunderschön, nicht wahr, diese Waffe? Sie hat Leben erschaffen und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Miradion. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie es. Meine Schwester wird sie aufhalten. Das werden wir bald wissen. Denn dein Pathfinder ist bereits hier. Trotz weiterhin seinen Einschränkungen. Beeindruckend. Wir beenden das hier. Sie kämpfen nicht nur gegen mich. Welch eine Verschwendung. Er will alle dem Aufstieg unterziehen. Wenn sich Helios nicht beugt, zerstört er ganze Planeten. Ja. Und du beweist, dass ich es kann. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Das sind mehr als wir dachten. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Weckung. Bleibt mal im Relikt. Gütige Mutter. Das ist, als müsste man Aya ausweichen. Wir stecken in der Klemmer, Rider. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Geißel oder die Kett? Die Geißel und die Kett. Kello, wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Ich weiß jetzt, dass die Relikte unsere Chance auf einen Sieb anziehen. Egal, bringen Sie uns einfach nah ran und vertrauen Sie mir. Wir nutzen die Geißel zu unserem Vorteil. Ich war noch nie. Ich bin so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Ihre Flotte ist beschäftigt, Archeon. Und mit der Hyperion entkommen sie mir nicht. Das war's, die Sache ist gelaufen. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder war auch nicht in der Tat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Ah! Ah! Zuri? Was ist das? Ein Wunder? Sorry, Gravitationsumkehr. Ich kann die Hyperion nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archeon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in fünf, vier, drei. Heilige. Pathfinder, ich habe eine kleine Ablenkung für dich vorbereitet. Die Abonnungen. Das war's. Das war's. M BernabUR.